Herzlich Willkommen! Ich bin heute hier mit Barbara Lefz, der Leiterin vom Zentrum Integriert Studieren der Universität Graz und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema digitale Barrierefreiheit und was das in der Unterrichtspraxis eigentlich bedeutet. Danke für die Einladung. Ich habe mir überlegt, für die Studierenden, die jetzt vielleicht dieses Thema, sich mit diesem Thema schon ein bisschen auseinandersetzen oder auch andere werden sich fragen, betrifft mich das überhaupt? Denn wir haben die Spezialisierung inklusive Pädagogik, aber die wählt ja nur ein Teil der Studierenden und alle anderen haben eben ihre Unterrichtsfächer und fragen sich möglicherweise, hat das überhaupt irgendwas mit mir zu tun? Ich habe das Thema Inklusion ja eigentlich gar nicht in meinem Unterricht. In der Praxis ist es aber so, dass Inklusion ja kein Thema ist, das nur eine spezialisierte Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern betrifft, sondern Inklusion in der Schule findet ja überall statt, in jeder Klasse, in jeder Schule, in jedem Unterrichtsfach. Das heißt, dass natürlich auch das für alle Lehrerinnen und Lehrer immer einmal Thema sein kann, dass sie Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse haben mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung und dann eben ihren Unterricht auch barrierefrei in einem gewissen Rahmen gestalten können und dann sehr, sehr viel bewirken können, nämlich, dass eben die Schülerinnen und Schüler sich von Anfang an voll am Unterricht beteiligen können, dass sie mit weniger vielleicht zusätzlichen Mühen oder zusätzlichen Aufwand die Aufgaben erledigen können und auch eben sozusagen wirklich inklusiv in der Klasse mit dabei sind. Und wir haben zwar in der Schule dann auch immer die Unterstützung durch eben Lehrerinnen und Lehrer für Inklusion, aber je höher wir in der Sekundarstufe kommen, umso geringer werden die Stunden, die diese Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung haben. Das heißt, es ist eigentlich für alle Lehrerinnen und Lehrer gut, ein paar Ideen zu entwickeln, wie sie eben gerade im Bereich der digitalen Medien Dinge so gestalten können, dass sie eben barrierefrei sind und damit aber auch für alle Schülerinnen und Schüler durchaus einen Benefit erreichen. Ich glaube, das ist das Wichtige an dem ganzen Thema, dass es eigentlich für alle Schülerinnen und Schüler, egal ob da jetzt ein Förderungsbedarf besteht oder eine Beeinträchtigung Behinderung besteht, dass ja dieser Einsatz von digitalen Medien unter Berücksichtigung von Barrierefreiheitsprinzipien und Grundlagen einen sogenannten Mehrwert für alle hat, dass der Unterricht dadurch für alle zugänglicher wird. Ich denke jetzt gerade daran, zum Beispiel wenn man Untertitel verwendet in einem Video und einsetzt, dass das ja auch für Lernende von Vorteil ist, die zum Beispiel nicht Deutsch als Muttersprache haben oder die gewisse Lernschwierigkeiten haben, die vielleicht auch gar noch nicht so erkannt worden sind in der Schule, oder? Genau und umgekehrt, also wenn man zum Beispiel Bildbeschreibungen für Grafiken oder für Bilder erstellt, eben jetzt zum Beispiel bei Arbeitsaufträgen oder bei Videos und so weiter, hilft es unter Umständen eben jetzt nicht nur Sehbehinderten und blinden Schülerinnen, sondern eben vielleicht auch Personen, die vielleicht Lernschwierigkeiten haben oder eben auch die die vielleicht mit den, also eigentlich allen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht mit dem Bild im ersten Moment noch nichts anfangen können und dann aber mit der zusätzlichen Erklärung dann schon Zusammenhänge herstellen können und dann auch noch genauer wissen, um was es geht und dann eben auch auf zwei Ebenen lernen können. Es ist ja so, ohne das so, dass es ein Prinzip des Lernens ist, auf je mehr Ebenen eine Botschaft kommt, umso besser kann man sie lernen und eben sozusagen zum Beispiel so ein Zwei-Sinne-Prinzip bringt ja dann auch allen was. Genau, ja und es geht ja bei der inklusiven Lehre eigentlich ganz generell darum, dass möglichst viele Lernenden Chancen gleich teilnehmen können, ohne dass sie immer auch gesondert an die Lehrerinnen oder den Lehrer herantreten müssen, oder? Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Einerseits ist es so, dass es doch in jeder Klasse oder in vielen Klassen auch Schülerinnen und Schüler gibt, die vielleicht in einem bestimmten Bereich Schwierigkeiten haben, die das aber nicht deklarieren wollen. Also da geht es oft um leichtere Leserechtschreibschwächen oder eben auch leichte Verarbeitungsbeeinträchtigungen sozusagen vom Sehen her. Aber es geht auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt sozusagen offiziell als mit Beeinträchtigung, mit Behinderung in der Klasse mitlaufen, es auch sehr, sehr positiv finden, wenn sie nicht ständig extra angesprochen werden, nicht ständig darauf hingewiesen wird, dass da jetzt etwas speziell für sie gemacht wird. Das ist halt auch eine Art des Othering, wo in dem sich gerade in der Altersgruppe, die eben in der Sekundarstufe ist, die dann schon auch psychisch belastend werden kann, gerade so in der Entwicklung und im Erwachsenwerden. Absolut. Und ich meine, es gibt ja jetzt durch die vielen Autorinnen-Tools, die man so im Alltag verwendet, sei es jetzt ein Lernmanagementsystem oder eben zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme, Programme, mit denen man Präsentationsfolien erstellt. Da sind ja auch schon diese Elemente drinnen eingebaut, wo man mit wenigen Klicks und wenn man sich ein bisschen da einliest, sehr schnell auch diese Barrierefreiheit herstellen kann und dann auch prüfen kann. Ich mache das dann immer zum Schluss am Ende eines Dokuments, Barrierefreiheit prüfen und lasse mir dann vom System sagen, was noch verbesserungswürdig ist. Hast du noch andere Tipps, wie man an sowas herangeht als Lehrerinnen und Lehrer, damit man eben in keine Stolperfallen sozusagen tappt? Eine gute Möglichkeit ist, einfach auch in Austausch mit der Schülerin oder dem Schüler zu gehen, die das dann gezielt verwendet und sich da einfach Rückmeldungen zu holen. Und dann gibt es einfach auch ein paar ganz grundlegende Dinge, die man einfach im Hinterkopf behalten kann, die eben schon im Hinblick auf Barrierefreiheit wichtig sind, aber allen was bringen. Das ist ganz grundsätzlich eine gute Struktur, ein guter Überblick, eine angenehm lesbare Schrift, ein guter Kontrast, dass man auf rot-grün schaut. Das ist auch gerade so ein Thema, das eigentlich eine große Gruppe von Menschen betrifft, der rot-grün Seeschwäche. Das läuft gar nicht unter Behinderung, aber das macht das Lesen dann oft mühsamer. Wenn diese beiden Farben kombiniert werden. Wenn diese beiden Farben kombiniert werden, genau. Oder dass man zum Beispiel bei Texten auf Blocksatz verzichtet. Das ist eigentlich etwas, was nicht wirklich notwendig ist. Es schaut vielleicht schön aus, wenn man zwar gleiche Ränder hat, aber wenn jemand das stark vergrößern muss, dann werden die Abstände zwischen den Wörtern so groß, dass es oft schwer fällt, die Zeile zu halten. Und das gilt auch zum Beispiel für Personen, die ohne dies schon sehr konzentriert lesen müssen. Zum Beispiel wegen einer Leserechtschreibschwäche, wo das Lesen an sich schon sehr viel Energie braucht und dann eben die großen Abstände unter Umständen zwischen den Wörtern das noch zusätzlich erschweren. Also das sind ein paar so ganz einfache Dinge, wo es schon komplexer wird und wo es dann ganz gut ist, glaube ich, sich auch wirklich Unterstützung von Expertinnen und Experten zu holen. Das ist eher so der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich, wenn es um Formeldarstellung geht oder eben um mathematische Ausdrücke darzustellen. Aber gerade in dem Bereich denke ich mir, könnte es vielleicht auch manche oder mancher, der sowieso dieses Unterrichtsfach hat und sich auch für eben digitale Lernunterstützung interessiert, das könnte auch ein spannendes Thema sein, sich einfach damit einmal zu beschäftigen. Du hast von der Struktur gesprochen, die wichtig ist, wenn man zum Beispiel einen Text formatiert, Lehrmaterialien oder so erstellt. Wie stehst du zu dem Thema Sprache? Weil es geht ja auch teilweise dann um das Thema einfache oder leichte Sprache. Das kann auch zur Inklusion einer gesamten Gruppe beitragen. Also ich denke, man muss es halt natürlich dann differenzieren, in welchem Unterrichtsgegenstand das vorkommt. Und dort, wo es eben einfach um jetzt nicht gerade um Deutsch oder um die Sprache selbst geht, sehe ich das durchaus eine gute Möglichkeit, eben auch sich um eine einfachere Sprache zu bemühen, weil es vielleicht für alle Lernenden eine Unterstützung ist, zum Beispiel eben auch für Lernende mit nicht deutscher Erstsprache. Und dazu zählen jetzt zum Beispiel ja auch gehörlose Schülerinnen und Schüler. Wenn die Gebärdensprache als Erstsprache haben, dann sind die eben eigentlich in der gleichen Situation wie andere Schülerinnen und Schüler, die da auch eine andere Erstsprache als Deutsch haben. Und da ist es dann einfach um in Gegenständen wie Biologie oder Physik oder so Dinge wirklich zu lernen, wo es um Inhalte geht, denke ich, kann auch eine leichte Sprache für alle eine gute Unterstützung sein. Und heißt jetzt nicht, dass man jetzt zum Beispiel das Niveau heruntersetzt oder so. Ja, überhaupt nicht. Genau, ich glaube auch da ist wieder allen geholfen. Ich kann mich noch so erinnern an Mathematikaufgaben, wo man zuerst wirklich ganz genau nachdenken musste, um folgen zu können. Worum geht es jetzt eigentlich? Erst einmal die Textaufgabe entschlüsseln und dann erst schauen, wie man es berechnet. Richtig, ja. Und das Thema unsichtbare Behinderungen ist vielleicht auch ein wichtiges, das wir kurz ansprechen könnten, weil nicht alle Formen der Beeinträchtigung sind auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick wahrnehmbar. Was fällt da dazu ein? Es sind eben gerade diese Dinge, die aber oft gerade das Lernen dann sehr stark beeinflussten, wie eben zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche oder eine Konzentrationsschwäche, also eine leichte Ablenkbarkeit. ADHS hat jetzt schon so eine negative Konnotation, aber das gibt es ja auch in unterschiedlichen Formen. Und da geht es oft auch wirklich darum, dass es schwierig ist, sich oft zu konzentrieren. Oder auch Schwerhörigkeit ist ja auch etwas, was oft nicht sichtbar ist. Oder eine Sehbeeinträchtigung, wenn sie jetzt auf einer mittleren Ebene ist. Und das heißt, wenn man als Lehrer oder Lehrerin in die Klasse kommt, kann es durchaus sein, dass in der Klasse einige Schülerinnen und Schüler sitzen, die eben eigentlich besondere Herausforderungen im Lernen haben, aber denen man das nicht ansieht und die das auch nicht deklarieren wollen. Weil entweder sie schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie dann sehr schnell abgestempelt sind oder weil sie halt auch in der Klasse wirklich dazugehören wollen. Sie wollen also nicht irgendwie als eine besondere Gruppe behandelt werden und vielleicht auch sozusagen von der Familie her da die Sorge besteht, dass sie dann vielleicht schlechtere Chancen haben, die sich aber genau deswegen, weil sie das nicht deklarieren wollen, oft auch massiv anstrengen müssen, um im gleichen Tempo mitzukommen, um möglichst nicht aufzufallen. Oder chronische Erkrankungen fällt mir jetzt auch noch so als Beispiel ein, die ja auch die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel beeinträchtigen und andere Dinge. Genau. Oder wo man auch sagen kann, das ist auch wieder ein großer Vorteil, wenn eben digitale Medien zur Verfügung stehen, die müssen ja nicht genau an einem Ort zu einer Zeit konsumiert werden. Das heißt, wenn jemand aufgrund einer Erkrankung länger ausfällt, ist es auch eine gute Möglichkeit, dass man nicht allzu sehr im Stoff hinten bleibt, indem man sich die Dinge dann vielleicht zu Hause am eigenen PC anschaut, vielleicht auch über digitale Aufgaben weiter mitlernt, mit der Klasse in Kontakt bleibt. Genau. Da eignet sich dann auch wieder der Einsatz eines Lernmanagementsystems. Ist wieder für alle gut, wenn man hergeht und sagt, gewisse Aufgaben sind vielleicht gemeinsam dann in einer asynchronen Form zu erledigen, über ein Diskussionsforum oder über andere Tools, die solche Lernplattformen bereitstellen, wo man den Lernenden dann auch die Flexibilität gibt, eventuell zu Hause mit ihren eigenen Geräten zu arbeiten. Weil ich stelle mir vor, das ist auch manchmal ein Thema. Die Schule kann ja nicht immer alles bereitstellen, was an assistiven Technologien benötigt wird. Da kommen die Lernenden ja sehr oft mit ihren eigenen Geräten und die sind vielleicht auch nicht immer so mobil. Und dann hilft auch das, oder? Ja, ganz bestimmt. Es gibt aber dann vielleicht auch noch dieses Thema der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse. Eine Sehbehinderung bei einer Schülerin ist nicht die gleiche natürlich wie bei einer anderen. Und da ist wahrscheinlich auch die Feinfühligkeit der Lehrperson dann gefragt, dass wenn man einmal einen Fall hatte, dass das nicht auf alle ummünzbar ist. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, weil eben genau das, also Sehbehinderung wird jetzt mit Definitionen festgemacht, ist aber in der Praxis oft ganz, ganz unterschiedlich. Also es können auch zwei Personen, die jetzt medizinisch gesehen die gleiche Ursache für Sehbehinderung haben, in ihrem Sehen komplett unterschiedlich sein oder auch in ihrem, sagen wir mal, Coping-Strategie komplett unterschiedlich sein, weil sie halt vielleicht in ihrer Kindheit, in der Volksschulzeit oder so andere Strategien gelernt haben, andere Erfahrungen gemacht haben. Und dann kann es natürlich auch unterschiedlich sein, je nachdem, wie das Drumherum ist. Die Lichtverhältnisse können einen Unterschied machen. Und eben wirklich ganz, ganz wichtig, das Erste, was man sehen muss, ich habe da einen Schüler oder eine Schülerin, das ist eine Persönlichkeit mit ihrer Geschichte, mit ihrem Umfeld und die Beeinträchtigung oder Behinderung ist nur eine Eigenschaft von vielen. Und es ist eine ganz individuelle Persönlichkeit und wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch. Und in dem Maß, wie ich die Persönlichkeit von all meinen Schülern wahrnehme, gilt es auch für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, Dankeschön. Da haben wir jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Danke für das Gespräch. Sehr gern. Danke. Danke. Vielen Dank.